fuck this shit out fuck this shit out oh leute leute es ist die kacke am dampfen wir sehen in einem neuen gebiet ich hoffe ehrlich gesagt endlich auf den morph bar ok das war jetzt auch gerade witzig ich hoffe wie gesagt ihm verdammt ich hoffe auf den morphball das ist ja immer so dieses non plus ultra item der nützlichkeit ok das geht so nicht so der morphball ist so ziemlich das nützlichste item von allen eine thermoschleuse oder drüben ist wieder so eine control ding mal sehen was die diesmal bringt hitzeenergie wurde erneut umgeleitet ok ok das war interessant was das geht ich bin sie immer noch nicht gewohnt dass man rutschen kann ich hoffe aber trotzdem den morphball noch gibt ok schön jetzt gibt es hier eine verbindung mach auf den scheiß ach so das muss man machen verstehe oh der warmsprung ist aber fies weil im alten method musst du wirklich ganz 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 komisch das machen ok das sind es einfach selbst bei daten täter muss man auch aktivieren muss man akzeptieren geben ja das ja so 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 Boah! Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich gegen diese Idioten machen kann. Ich mache es schon mal auf. Okay, die muss man anscheinend. Okay, hochinteressant was hier wieder ist. Ach, hier ist er! Wow, das ist schief. Okay, das ist fiend. Oh nö! Geht das schon wieder los? Na ja. Müsier sein! Ha ha! Na ja. Okay, das ist dran. Okay. Okay, das war ich nicht. Okay, das war ich dann. Okay, das war ich wieder. Okay, du kannst noch mal drauf. Okay, das war ich nicht. Dann bin ich schon mal drauf. Okay. Ok Leute, das schaut nicht schlecht aus. Sagen wir's, da oben ist der Ausgang der EMMI-Zone, alles gut. Ok, hier ist ne Speichelstation, das merken wir uns gleich mal. Das ist immer gut, speichern ist immer gut Leute, damit kann man nie was falsch machen. Außer man speichert seinen größten Fehler im Leben. Ah, das sind wahrscheinlich auch solche Regenerationsstationen. Hm. Aufmachen kann man's ja schon mal ne. Würde ich vorschlagen. So, jetzt kommen natürlich diese Fragen auf Thermo-Falltür. Hm, ok, das heißt ganz normal weiter, hm. 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 Das war ja so offensichtlich. Aber genau wie ich da raus wollte. Wobei mich interessieren wird. Ok, nein. Das ist nicht gescriptet. Der Kerl ist einfach jedes Mal woanders. Und tot. Ah. Okay, das aktiviert mal die Aufzüge, das ist gut. Hm. Wo kommt der andere auf immer wieder her? Ne, gut, sowieso sein. Ne, gut, sowieso sein. Ach sooo, kann man den besiegen. Verstehe. Ach so, Irc. Ach so. Okay, gut, das ist interessant. Gebe ich auch ganz gerne zu. Da geht es lang. Oh, kann man schon wieder umleiten. Ach du Scheiße. Hitze wieder umgeleitet. Wieder in die E-MMI-Zone. So, wir haben eigentlich alles. Ein bisschen was geht es hier noch aus. Ja, ich bin doll genug. Okay. Dann geht es. Okay. 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 Okay, das wird jetzt interessant. Ah, Leute, wieder mal keine Ahnung, wohin? Okay, mal überlegen. Eigentlich. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No, thanks, don't mind me. I'mma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Äh, ja, ups, äh, ja, so. E-MMI-Ventil. I-MMI-Ventil. 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 Ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn ich in diesem Unsichtbarkeitsmodus bin, dann hört er mich aber auch nicht, oder? Ich weiß nicht, wie ich es hier nicht gerne gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich es hier nicht findeigte. Ich habe einen kleinen Bord, aber ich habe einen kleinen Bord, und ich bin hier nicht. Ich habe einen Bord, und ich habe einen Bord, und ich habe einen Bord, aber es kann mich nicht mehr nehmen. So. Verpiss dich, Mann. 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 Mann, wieso? Verpiss dich, Mann. 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 Verpiss dich, Mann.